Oh ja, Zeit für Sexy Time. Wie schön, dass er sich erstmal um uns kümmert. Das ist ja wohl selbstverständlich. Alles klar, die Schleusen sind geöffnet. Ähm... Was? Was macht er denn da? Okay, also irgendwas läuft hier nicht so ganz, wie es laufen sollte. Was zur heiligen Sock hier tut er da? Er rubbelt sehr intensiv unsere Oberschenkel-Innenseite. Oh nein, komm schon! Hallo, hier oben bin ich! Also, ich bin gleich wundgerubbelt. Okay, das wird's ja nichts. Du musst deine Hand an die richtige Stelle legen. Ja, bitte tu was, er ist ja komplett lost. Ähm, vielleicht ein bisschen weiter oben. Hm? Wart nur ab. Mit meiner Taktik mache ich sie alle verrückt. Also, weiß ich jetzt nicht. Ach, alles aus.